Wismar TV feiert und Sie sind herzlich eingeladen vorbeizukommen. Am Donnerstag, den 18. August, einen Tag vor dem offiziellen Start des Schwedenfestes, wird Wismar TV auf dem Marktplatz der Hansestadt Wismar ein abwechslungsreiches und lokales Bühnenprogramm präsentieren. Los geht's, 16 Uhr. Erleben Sie, wie wir live einen Talk aufzeichnen, wie unsere Moderatorinnen Interviews mit Akteuren aus Politik, Kultur, Wirtschaft oder sozialen Bereichen führen oder kommen Sie vorbei und genießen Sie Live-Musik von der Big Band, der Kreismusikschule Nordwest-Mecklenburg, von Louis Dannewitz, von Öxel oder der Rostocker Band Superfowl. Tatkräftige Unterstützung bekommen wir dabei von unseren Partnern Hammerich Gesunde Schuhe, Wobau Wismar, dem Autohaus Hartwig und nicht zu vergessen HW Liesing.